Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Pokémon Schwarz in der Rande bei seiner Sock. Mein Name ist Rudi Rudi und ihr seid auf meinem Kanal. Wir sind immer noch in Gavina, wenn ich mich nicht irre. Orient City. Stimmt, Gavina war die andere Stadt. Wir sind in Orient City natürlich. Und im letzten Part gab es ein paar kleine Komplikationen. Wir haben praktisch immer noch das gleiche Problem. Das nämlich da ist, dass wir zu wenig Muß auf unserem Makabaya haben. Und deswegen werde ich vermutlich jetzt ein bisschen das Makabaya trainieren. Einfach, oder vielleicht auch die anderen Pokémon, damit ich nicht nur ein Pokémon habe, dass ich gegen Geist Pokémon nutzen kann. Ja, vielleicht mal ganz hilfreich. Ja, das ist auf jeden Fall das, was jetzt erstmal passieren wird. Und damit ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack habt, warum auf einmal die Redekante ein bisschen höher ist, als das sein sollte. Ja, gut. Dann würde ich sagen, schneide ich einmal kurz. Einfach nur, ich wollte euch nur kurz sagen, was passiert. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich fertig bin. So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen trainiert, aber wirklich nur ein bisschen. Und zwar ist Stift jetzt auf Level 9 und hat Aqua Knarre erlernt. Und damit können wir zumindest schon mal Schaden machen gegen Geist Pokémon. Und das ist alles, was ich brauche. So, da wir ja wissen, dass es eine nicht sehr gute Idee wäre, mit Ansengung zu liegen, indem wir dies ja mit Creeper. Können vielleicht Banetten ein bisschen schneller rausnehmen, und das sehr großartig Bullshit macht. Und, äh, ja. Ja, es wird knapp, ob ich einen Hauch einer Chance gegen ich habe. Diesmal muss ich nicht mehr lustig sein. Und ich fordere das Arschloch. Fuckin' Banette, Alter. Aber Creeper wird das schon packen. Banette geht wieder für Nachtnebel. Aber der Erstauner macht guten Schaden. Sie setzt das Fluch ein. Und damit, äh... Banette setzt das Fluch ein. Und ich kann mit dem Erstauner Banette rausnehmen. Das war's soweit mit Banette. Und das ist er live. Sehr schön. Der Fluch lastet natürlich jetzt auf mir, aber das ist ein Problem, ich werde natürlich sofort switchen. Ja, als Tringer habe ich jetzt mal nicht drauf geachtet. Ähm, aber jetzt gehe ich zu's Tisch rüber. Und ich werde jetzt den Move sonst wie er findet. Er übrigens noch Klammergriff hatte. Äh, aber ich denke doch, dass ich mit, äh, Aquaknarre keine großen Probleme haben werde. Zumal er auch wenn es sonst abgeht hat, auch mit Aquaknarre. Na gut, viel Schaden macht's jetzt nicht. Aber sagen wir nur Nachtnebel einsatz, ist ja alles gut. Na mal rein. Solange der jetzt nicht auf die Idee kommt, die ganze Nachtnebel zu schreiben. Hm. Naja. Ich weiß nicht, ob es kommt, aber ich überlebe auf jeden Fall noch eine Runde. Und ich glaube, dass diese Aquaknarre jetzt schon reicht. Naja, noch nicht ganz. Aber ich habe screened ihn schon die ganze Zeit. Und diese wird reichen. So. Zwirffens ist ein ekliges Vieh, Alter. Das hat fucking gut gesetzt, weil es halt schon ententwickelt ist. Unglaublich. Und Echna Toll kommt rein. Oh, scheiße. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was Echna Toll so macht. Habe ich noch einen Trang? Äh, einen. Ich gehe mal erstmal raus auf Ansingo. Ne, das ist dumm. Ich gehe raus doch auf Ansingo. Weil wenn jetzt ein Ghost-Tab-Ruf kommt, dann kann ich den easy abfangen. Aussetze, okay. Äh, ich hoffe einfach erstmal, dass er mir nichts tun kann. Und heile mal. Und zwar halt ich... Hm, die Frage ist, will ich auf Schaden gehen, dann nehme ich Creepo. Aber will ich auf Slaw gehen, dann nehme ich Stich. Ich glaube, ich gehe für Stich. Schutzschild ist da ein. Okay, ich gehe hier wieder raus für Stich. Jetzt ist wieder Schutzschild ein. Hm, ich gehe mal eine Runde auf Pferd. Aber ich glaube, dass er wieder Schutzschild einnässt, ja. Dann auf die Aquaclave. Und dann... Du... Du... Fuckfiel. Natürlich geht er auf Aussetzungen. Ich gehe auch mal auf Ansingo. Ich meine, was soll echter Toll groß sein? Ich könnte auch vielleicht Tackle oder so. Schutzschild wieder. Also es scheint mir, als hätte echter Toll keine damaging Moves, so. Aussetzer. Jetzt ersetzt sich sein Aussetzer aus. Funktioniert das? Ach, das funktioniert. Sehr schön. Und dann kann ich jetzt ganz easy... ...winterstauner gehen, ohne dass ich Angst haben muss, dass er mein letzter... ...damaging Attackblock geht und er geht für einen fucking Schutzschild, Alter. Ja, der Doppel-Schutzschild kommt nicht durch. Und das macht er zutablen Schaden. Boah, der spielt sein Schutzschild jetzt aber auch aus. Oh, der ist auch Erstauner. Okay. Und natürlich kann er mich zurückschrecken. Mal jene verressen. Scheiße. Dann gehe ich wieder zu Stisch. Und erstauner allein... ...wird nicht viel machen, denn ist das schon eine verdankt gute Verteidigung. Ja, natürlich steckt der Schutzschild fehl und ich gehe für eine Achsverknarre. Natürlich geht es ja wieder für den verfingten Schutzschild, Alter. Es wird mir langsam zu viel mit dir. Boah, diese Geist-Pokémon. Die wollen es aber auch heute. Die Achsverknarre kommt durch, weißt du schon? Volltreffer, danke für den unnecessary Volltreffer. Level 10 für Stich, sehr schön. Type erreicht Level 12. Und Witchgoy Rubble ist gesiegt. Meine Verherser, das hat jetzt auch viel zu lange gedauert. Ich glaube, du schenkst mir das Pokémon, kann das sein? Grillmark. Auf jeden Fall. Ha, es ist wirklich ein Grillmark. Ja, ich möchte zwei Spiel zusammen geben. Ich nenne es... Ich weiß, wie ich es nenne. Ich bin jetzt Panflam.exe. Scheiße, das passt nicht. Das wäre cool gewesen. Moment. 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 Ich vermute, dass ich Feuerwehrfahrt keine was ich noch nicht kann. Deswegen muss ich mir erst mal damit zufrieden gehen. Auf welchem Level ist das denn von... auf 10? Na das reicht doch. Sehr gut. Ich weiß nicht, dass wir uns alle allein haben. Das ist so schön. Och ne, ich hab mich nicht geheilt. Och man, Kate. Scribe Kate. Voltula. Warum hat der einen fucking Voltula? Das gibt's doch gar nicht. Hat der schon eine Feuerattacke? Einer schön, sehr schön. Donnerwella hat bei uns rein. Okay. So, dann kann ich mit leben. Blutsauger hat da glaube ich noch 20 Stärke. Natürlich. Volltreffer und sie kriegen die Fullpalla. Spinnennetz, okay. Aber Eiräscher kommt durch. Ja, ist okay. Und was auch ganz nett ist, dass die Beere jetzt verbrannt ist vom Voltula. Und ganz easy, Kreideschrei haut sie doch raus. Aber Eiräscher, die Voltula ein Ende bereiten. Und Rosalia, es ist also ein... aber schon Rosalia, weil er gestartet hat. Ich finde also ein doch eher einfacher Kampf, will ich einfach mal behaupten. Rosalia will sich noch was setupen mit einem Wachstum. Der Giftstachel macht sogar ordentlich Schaden. Aber Bootlegpon kann sich in seinem ersten Kampf direkt relativ gut durchsetzen. Und äh, dementsprechend... Ja, das war's mit Sharon. Oder soll ich jetzt sagen Kate. Da fällt mir ein, ich werde einmal ganz kurz, äh, gucken. Ah, sehr schön, der will erst für Bootlegpon. Und der gewinnt gegen Stripe, Kate. Die Beere ist für mich. Wer erhalten eine Siegelbeere. Dankeschön. Geh Glück. Äh, hallo. Danke. Okay. Jetzt geh ich ins Pokémon Center und zwar direkt. Und da sehe ich auch schon, äh, den Arenaleiter stehen. Otsau, da werden wir also gegen den Pflanzenarenaleiter kämpfen. Beziehungsweise, äh, natürlich nicht, denn das ist ja random. Kurz vergessen. Äh, ich starte einfach mal mit Ansengo, weil Ansengo... Keine Ahnung, ich mag's einfach. Das ist, äh, das ist ein starkes Pokémon. Ich wohne auf jeden Fall einen deftigen Angriff und kann schon schwer tanzt. Ähm, von daher... Ich mag's wirklich. Tafelwasser. Dankeschön. Au, ich geh nicht in die Arena, bevor ich mir nicht ein paar Tränken gekauft habe. Ich bin gleich wieder da. Und da bin ich auch schon wieder mit ein paar Tränken gekauft. Und, äh, das geht los. Hier in der Arena muss man halt immer sich auf die Bodenplatte stellen, die sehr effektiv gegen das gezeigte Element ist. So, und ich glaube, hier können wir direkt, äh, sehen. Gegen was für, äh, für einen Arena-Typen spielen. Denn es ist ja immer eine, äh, Type-Themed-Arena. Und er setzt einen... Oh nein. Oh, bitte lass es eine Gift-Arena sein und keine, äh, Geist-Arena. Wenn es eine Geist-Arena ist, dann heulich. Oh, fucking Gengar ist so eklig. Horror-Blick. Oh, warum... Warum Horror-Blick? Der ist gebannt, der Move. Arschloch. Aber gut, wir haben wenigstens Schlecker auf Botec-Plan, aber... Ach du Arschloch. Das ist doch wirklich... Das darf doch wohl nicht wahr sein, Alter. Schlecker macht gar nichts, Alter. Er hat auch Schlecker. Äh... Jetzt, wir kriegen die Paar durch. Das ist sehr gut. Ich bringe ihn weiter für Schlecker, ich glaub das noch mehr Schramm. Und er geht wieder für die Hypnose, ey. Ich muss kotzen. Das ist ja so nervig. Sehr schön, wir machen fast direkt wieder auf. Der Stecker kommt durch. Ja, du kannst jetzt den Stecker reduzieren, soviel du möchtest. Ich renne danach einfach zu Hochkonzenten und heile mich. So. Fucking Ginga. Level 12 ist sehr schön. Dann sind wir einfach Level 11. Cool Trainer und Stacy. Ich hoffe wirklich, 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 dass das eine verdammte Gift-Arena ist, weil in der Geist-Arena kann ich mein stärkstes Pokémon einfach komplett vergessen. So. Gegen Wasser ist natürlich Pflanzen effektiv. So. Gegen Wasser ist natürlich Pflanzen effektiv. Ich geh nicht mit an Segura rein, weil ich Angst habe. Und ich hoffe, das ist eine Gift-Arena. Ich hoffe es ist einfach. Vielleicht hab ich dann mal Glück. Ich bin nicht der zweite Gang, ja. Von Man Mike. Das... Oh nein. 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 Das ist noch verf... Oh nein. Oh nein. Warum hab ich denn Pech? Oh nein. Wahrscheinlich hat der... Arenaleiter noch einen fucking Geratina oder so ne Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Es ist ne... Scheiß... Geist-Arena. Ich bin nicht bereit für ne Geist-Arena. Bin ich bereit dafür. Und wir machen so wenig Schaden gegen den ganzen Geist-Pokémon. Weil das irgendein Grund ne gute Spätz-Erfarben. Ja, auf. Und warum kann jedes Geist-Pokémon Aussetzer... Das ist so dumm. Hier gibt's den Silberblick. Und ich mach mal einen Schlecker. Also das ist wirklich unfassbares Pech. Dass wir direkt nachdem ich gegen ne fucking Geist-Trainer eigentlich verkackt habe, ne Geist-Arena treffen. Also... Passt absolut zu meinem Glück. Komm, Moodle, mach's mal Ende. Danke. Gegen fucking Man Mike. Komm, ist noch einer oder... Ne. Gut. So, und jetzt geht's auch schon direkt weiter mit dem Arena-Leiter-Kampf. Äh... Es wird auf jeden Fall Geist sein. Ich starte schon mal den Bootleg-Pan. Wobei, ne, den sollte ich wahrscheinlich gegen Ende rausholen. Ich starte mit Creeper... Ne, starte mit Stitch. Das passt schon. Äh... Leider ist ein Senkung komplett müthlos in diesem Kampf. Da werde ich mich wohl, äh... Dem werde ich mich bebeugen müssen. Hallo Colin. Hallo Mike. Hallo Benny. Ja, wir wissen... Ich weiß, gegen wen ich antreten muss. So oder so... Muss ich gegen dich kämpfen. Der erste Arena-Kampf, Freunde. Ich bin sehr gespannt, wie er ausgehen wird. Ich hab Angst. Also dann. Du musst jetzt mit mir Vorliebe nehmen. Aber ich verspreche dir einen denkwürdigen Kampf. Geben Jonathan. Gegen Schoolgirl Jonathan. Er setzt einen Schwalbini ein. Was zur Hölle? Okay. Okay. Aber also ich mein... Okay. Gut. Einfacher für mich... Ja, Schnabel wird... Kein... Ja. Hä? Muss man das verstehen? Warum hat der jetzt einen Schwalbini? Ja. Jonathan verspendet seinen ersten Trank. Und die nächste Aqua-Flame dürfte sogar reichen, glaube ich, oder? Ja. Gut. Quit. Stich erreicht er live. Sehr schön. Und Scorgler wird reingeschickt. Okay. Ist ein Flug-Arena-Leiter. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Ja. Und ähm... Das war Scorgler. Also, es sei denn, es passiert was extrem unvorhergesehenes. Nein, es passiert nicht. Gut. Aber der wird mich ja jetzt nicht holen. Hoffe ich. Stich... Jaaaa... Nein. Triff einfach die fucking Aqua-Knarre. Danke. Und das war's mit dem ersten Arena-Leiter. Wir sind fertig. Schoolgirl-Jonathan ist besiegt. Und wir kriegen den Triorn. Die Animation finde ich eigentlich ganz cool. Generell, die 5. Generation ist sehr underrated. Ich mag die echt eigentlich. Wir kriegen einen Kraftschuh. Dankeschön. Das ist sehr verwirrend, warum das jetzt aus irgendeinem Grund eine Geist-Arena war. Aber er selber war dann Flug-Arena-Leiter. Keine Ahnung. Und Vivian nimmt uns direkt zum Empfang. Ihr wollt also alle Pokémon-Leiter-Eineinregion treffen, nicht wahr? Oh, so treffe bitte hier entlang. Mein Zimmer ist hier oben. Bitte komm doch mit rauf. Ich stelle mich am besten nochmal vor. Mein Name ist Vivian. Wie du sehen kannst, bin ich Wissenschaftlerin. Bei meiner Forschung beschäftige ich mich übrigens mit dem Pokémon-Training. Mit Professor Es- Mit Professor Professor Es- Bin ich schön seit unserer Studienzeit befreundet. Sie hat mich gebeten, euch zu unterstützen. Und das tue ich dann auch gleich mal. Hier, das sollte sich als nützlich erweisen. Eine versteckte Maschine. Und wir haben jetzt Zerschneider. Sehr gut. Gut. Hier können wir auf den PC zugreifen. Kann ich mit dir hier reden? Bist du ein Trainer? Ja. verwende ich doch mal publikum. Was wäre es so cool laner? Wie geht's jetzt? Für Werbe shorts geht? Musikis. 7 inning. Wo den Und zwar der Friedhof, oder ne, der Pokerimmel, was ist dort P-O-K-E-H-I, ne, Pokerimmel passt nicht, dann einfach nur Himmel. Und Motiv natürlich. Und Motiv natürlich Himmel. Hoffen wir, dass wir den erstmal nicht benutzen müssen. Nein. Und, tschau. So, laut offiziellen Nass-Lock-Regeln, offiziellen Nass-Lock-Regeln, klar. Also, ich sag mal, die Regeln sehen vor, dass ich mir, dass ich erstmal ins Fukum-Zetter gehe, um meine Fukum zu halten. Bis gleich. Also, ich sag mal, die Regeln sehen. Und was ich vorhin sagen wollte, laut offiziellen Nass-Lock-Regeln, darf ich mir ein V-M-Opfer fangen, beziehungsweise so viele, wie ich brauche. Oh, Ponyta, wir hatten einen Ponyta haben können. Schade. Aber das Tisch ist genauso gut. Ich muss sagen, ich bin sogar relativ zufrieden mit dem Tisch. Wir hatten eine sehr gute Verteidigung und der fährt am Anfang alle Moves gut ab und er hat eine One-Hit rausgehauen. Dankeschön. Wir kriegen die Chance, einen Igmi-Wort zu fangen. Und da ich eingeschätzt habe, dass jedes Pokémon jeder V-M erlernen kann, reicht der uns nicht mehr von Pokéball? Vielleicht, glaube ich, ja. Danke. So, wie gesagt, Igmi-Wort zählt natürlich Licht zu meinem Pokémon. Ich darf in dem Kampf Licht einsetzen. Ich gebe dir einen Spitznamen, und zwar V-M-Opfer. Extra klein geschrieben, um alle Leute zu triggern. Und ihn werde ich jetzt Zerschneider beibringen, damit ich nicht einen wertvollen Moves-Lot meiner Pokémon dafür verwenden muss. Mit V-M-Opfer im Team geht es jetzt zur Traumbrache. Und da kommt auch schon ein Bell. Oh, Entschuldigung, hast du auch nach dem Mysterious Pokémon? Ja. Kannst du es finden? Da ist auch schon... Du hast auch gerade dieses Geräusch hinter der Wand gehört? Lass es nachsehen gehen. Okay. Hallo, Somniam. Hey, warte. Und jetzt kommen die gemeinen Leute von Team Plasma. Beziehungsweise, hm, ich weiß gar nicht, wer das sein soll. Sondern die hauen das hier oder treten das jetzt, um den Traum-Sutz zu bekommen. Die gemeinen Leute, Team Plasma. Unfassbar. Oh, schon wieder. Wie gemein. Ja, blablabla. Die Musik ist nice, deswegen seid ihr jetzt nix. Also, das muss ich sagen, ist einer der besten Böseweg-Zeit. Musik-Einheiten, die es hier was gegeben hat. Die macht mir so laune, jedes Mal, wenn ich Pokémon Schwarz spiele. Finde ich echt sehr geil. Schon nice. Na, der Absorb wird hier nichts verringen. Macht nämlich so gut wie gar keinen Schaden. Und ich glaube, eine ist schon, wird jetzt reichen. Top. Und das war für Stripe Mark. Man muss sich gegen beide zueinander kämpfen, oder was? Lame. Noch mal Stripe Mark. Und der hat einen Anorith. Dann bleib ich drinnen. Level. Auch da hat es sich relativ gute Chancen. Ja. Warum Leben Sula? Du bist Typ Käfer? Gestein! Du resistest, Elektro. Warum sollst du... Ach, ich finde das so dumm. Ich hasse Lebens-Ola. Die Attacke macht mich wütend, dafür durch ihre bloße Existenz. Das ist so dumm. Warum sollte man sie einsetzen? Warum sollte man einen Move-Slot dafür verschwenden? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, es kann doch auch nicht sein, dass es irgendjemand benutzt. Es muss doch Pokémon aufgefallen sein. Unglaublich. Ja, hörst du jetzt wohl auf. Da, da, da. Und das ist ganz witzig, denn da ist ja jetzt Jesus. Und das ist halt ein Traum, weil die wollen ja den Traumdunst haben und die haben es quasi geschafft. Aber die träumen jetzt halt selber einen Albtraum, dass Jesus halt da ist und die fertig macht. Deswegen kann der da auch 5000 mal stehen. Dies hier finde ich eigentlich ganz nice. Das hat so eine gewisse Meta-Ebene. Und damals hat der 10-jährige Olli das nicht verstanden, hat gedacht, er kann sich teleportieren. Da kommt auch Somnivora. Somnivora ist, glaube ich, relativ viable sogar, oder? Im, äh... ...Comparative? Ich glaube, dass Somnivora gar nicht so scheiße ist. Schaam! Schaam! Bion ab! Lass den Traumdunst da! Da ist der gute Traumdunst! Zack! So, und jetzt, tatsächlich, dürfen wir noch Pokémon fangen. Generell kann man hier noch einiges machen. Ähm... Hier aber nicht. Ich... Ah... Okay. Gehen wir hier oben lang und schauen wir jetzt mal den Pokéball da vorne. Top-Schutz. Hm. Auch meine ich nicht. Äh... Aber generell... Wie gesagt, ich bin ein sehr großer Fan von der 5. Generation. Es ist einfach... Ich finde, die Story ist gar nicht so ultra langweilig. Und auch sonst eigentlich... Die Animationen sind cool, das Kampfsystem funktioniert extrem schnell. Und da ist auch schon unser Encounter. Und es ist ein... ...Ein Nethomid. Wenn ich gleich sehe, was wir wieder hätten bekommen können, ich wette dann nach sie aus. Ich will aber nicht für die Aqua-Kanale gehen. Weil ich glaube, das bringt ihn um. Was? Felswurf? Felswurf ist auch nicht das wahre, bin ich ganz ehrlich. Ja, Panzerschutz entfickt, ich hoffe, ich hätte jetzt ein Pokéball. Aber ich habe Nethomid noch nie trainiert. Genauso wie, äh... Dings. Bredikant hatte ich auch noch nie. Dürfte also ganz interessant werden. Oh, nein. Jetzt bleibt doch einfach drin. Ich will dich doch eigentlich gar nicht. Ja, im Premiere wollen wir uns alle bleiben. Hab ich mir schon so gedacht. Ja, schön. Ich möchte hier meinen Spitznamen geben. Und zwar... Ist es ein fucking Bug. Nicht so einfallsreich, aber dafür auch nicht so einfallsreich. Ich gehe mit Ansengon an der ersten Stelle nochmal ein bisschen durchs Gras und schaue mal, was ich sonst noch hätte haben können. Hm, lieber Ball. Auch nice. Was ich auch in der 5. Generation ziemlich cool finde. Da gibt es ja immer wieder so Pokébälle, oder zumindest sind dann Tarnpions, die sich tarnen als Pokébälle. Finde ich cool. Zorrokex. Okay, Zorrokex wirkt glaube ich ziemlich stark, aber ich mag Zorrokex aus irgendeinem Grund. Ich keine Ahnung. Das ist einfach nicht mein Pokémon. Deswegen will ich das jetzt auch... ...möglichst schnell abfertigen. Hey, Aua! Du fucking Arschloch. Äh... Woodlack Pan. Ich will nicht zum Creepo gehen, weil ich bin ziemlich sicher, dass der auch bis kann. Nee, ich spüle ihn einfach. Der wird mich jetzt so heikel. Okay, vielleicht hätte ich ihn doch mitnehmen sollen. Ja, ich halte mich einfach ganz kurz. So. So, das ist das dritte Pokébälle gewesen wäre. Na, wie er zurückkext. Gut, dann kriegen wir aber nichts zu sehen, was wir sonst Retter haben können. Aber ist auch ganz gut. Weil sonst werde ich noch traurig mit... Retomite. Oder wie auch immer man ihn aussprechen soll. Gut. Soweit ist gut. Ich hab... Und dann gehen wir auch schon weiter. Beziehungsweise würde ich fast sagen, ähm... Wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Von Pokémon Schwarz in der Randomise und Langloch Challenge. Challenge. Ich danke euch fürs Zusehen. Ähm... Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ähm... Bis dann. Ich höh. Ich höh. Ich höh. Und zwar, ich kann die Einwanderung anerkennen. Vielen Dank.